Menschen mit Borderline haben häufig einen extremen Selbsthass und Betroffene verachten sich selbst. Sei es für die Narben, welche man sich in der Vergangenheit selber zugefügt hat, sei es, weil man in einem Streit wieder laut geworden ist und jetzt wieder der nachgewiesene Dumme ist, ja, oder sei es auch nur, weil man sich selber überhaupt nicht attraktiv findet. In diesem Video sprechen wir über fünf ganz typische Formen der Selbstablehnung bis hin des Selbsthasses in Bezug auf die Borderline-Persönlichkeitsstörung. Ich werde genau erklären, woher kommt die jeweilige Form der Selbstablehnung in aller Regel und mitunter sogar, was man dagegen machen kann. Deswegen, wenn du ein von Borderline Betroffener bist oder einen Angehörigen, ja, der seinen Partner besser verstehen möchte, bleib in diesem Video auf alle Fälle ganz bis zum Ende dran. Ja, Selbstablehnung bis hin zu Selbsthass bei Borderline. Viele Borderline-Betroffene, Punkt Nummer eins, lehnen sich selber dafür ab, beziehungsweise verachten sich dafür, dass sie den eigenen Werten und Normen nicht gerecht werden. Gerade habe ich schon gesagt, im Streit laut werden, wieder rumschreien, obwohl man sich immer wieder gesagt hat, hey, ich lasse mich nicht auf die Palme bringen und hey, ich habe doch die Erfahrung gemacht, wenn ich provoziert werde, zum Beispiel durch die eigenen Eltern ist es nur ein Beispiel, und ich dann im Streit mit den eigenen Eltern laut werde, dann bin ich der, wo alle wieder sehen, beziehungsweise in diesem Fall hören können, dass ich der Problemverursacher bin. Ja, denn das Schreien, das hört jeder, aber die subtile Provokation, das bekommt natürlich keiner mit. Ja, und dann verachten sich Betroffene dafür hier, sage ich einmal, den eigenen Standards nicht gerecht worden zu sein. Es kann auch sein, dass Betroffene sich in einer Partnerschaft nicht so verhalten, wie sie es, ja, sich selbst wünschen würden, wie sie es sich auch von dem anderen wünschen würden. Zum Beispiel, ja, das ist ein Beispiel aus der Praxis, das kommt leider sehr, sehr häufig vor, fremd zu gehen. Ja, Menschen mit Borderline gehen häufig auch einmal fremd, häufig auch aus Impulsivität heraus, häufig auch, weil sie eher Angst haben, verlassen zu werden und sich deswegen mal schnell auch jemand anderen suchen oder warm halten. Und viele Betroffene verachten sich dafür auch selbst, weil sie sagen, naja, ich will ja eigentlich kein Fremdgeher sein. Vielleicht haben sie sogar im Internet gelesen, Menschen mit Borderline gehen häufig fremd. Jetzt machen sie das Gleiche, ja, und fangen dann natürlich an, sich dafür zu verachten. Ja, den eigenen Standards und Normen nicht gerecht zu werden, das ist ein ganz häufiger Grund für Menschen mit Borderline, sich selber abzulehnen. Sich mit anderen zu vergleichen, das ist ein Punkt, für den sich Menschen mit Borderline häufig selber hassen. Warum? Ja, durch die eigene Krankheit hat man nicht so einen guten Start ins Leben gehabt, wie die anderen Kids. Das heißt, man hat eventuell sein Abitur nicht geschafft. Das heißt, dass man eventuell vielleicht sogar gar keinen Schulabschluss erworben hat, dass man eventuell in seiner Ausbildung, ja, rausgekracht ist, dass man deswegen vielleicht darauf angewiesen ist, ja, ungelernte Arbeiten zu vollziehen oder eventuell sogar vollständig erwerbsunfähig geschrieben wurde. Tja, und da vergleicht man sich dann natürlich mit den anderen, auch im Hinblick übrigens auch auf Beziehungen. Ja, irgendwann kommt man ja in so ein Alter, das ist dann so mit Mitte, Ende 20, spätestens Ende 30, Ja, da wird es schon knapp langsam, wo alle anfangen, sich zu verheiraten, wo alle anfangen, Kinder zu bekommen. Naja, und man selber hat noch immer keine feste Partnerschaft zustande gebracht. Diese Vergleiche führen bei Betroffenen häufig zu einer extremen Verachtung und zu extremen Minderwertigkeitsgefühlen. Das kann natürlich zu dem Kompensationsversuch führen, jetzt ganz, ganz viel Gas geben zu wollen. Ja, die ganzen Entwicklungsschritte, denen man noch hinterherhinkt, diese nachholen zu wollen und dann wieder in einen, ich sag's mal so, Burnout zu geraten. Dann fällt man wieder komplett raus, ja, dann liegt man wieder komplett flach und so weiter und so fort. Ja, und in diesem Sinne muss man ganz klar sagen, es ist wichtig, sich nicht mit anderen zu vergleichen. Tja, das ist natürlich leichter gesagt als getan. Trotzdem ist es einmal ganz, ganz wichtig, sich auch klar zu machen, dass man ja ganz andere Startvoraussetzungen gehabt hat und deswegen vielleicht auch einen Vergleich mit Kindern, die mit dem goldenen Löffel im Hintern groß geworden sind, überhaupt gar nicht zulässig ist. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Ich vergleiche ja auch nicht, ja, was soll ich sagen, ich vergleiche ja auch nicht einen Igel mit einem Kojoten oder mit einem Hasen. Wer rennt jetzt schneller? Das ist ja, da kann man ja auch nicht sagen, oh, guck dir mal an, wie langsam dieser Igel ist. Das macht ja gar keinen Sinn. Man vergleicht dann ja immer zwei Igel miteinander, ja. Ich hoffe, dass dieses Beispiel hier nicht zu abstrus ist und dass klar geworden ist, was ich hier sagen möchte. Ja, ein dritter ganz, ganz häufiger Punkt für Selbstablehnung, ja, wow, sind Narben, die man sich selber zugefügt hat in der Vergangenheit. Und gerade wenn man natürlich anfängt, ja, das eigene Störungsbild mehr und mehr zu überwinden, fällt einem natürlich auf, okay, früher habe ich mich stark selbstverletzt. Ich habe jetzt diese Narben. Früher habe ich eventuell sogar mit Absicht mir Narben zugefügt als ein Schrei nach Hilfe zum Beispiel oder um mich von anderen abzugrenzen, zu zeigen, guckt mal, ich bin nicht wie ihr. Oder zu sagen, guckt mal, wer abgefuckt, ich bin. Da sprechen wir gleich noch drüber. Ähm, und jetzt als, ja, junger Erwachsener oder vielleicht auch schon späterer Erwachsener fängt man an, sich dann böse darüber zu ärgern, weil die Narben einen immer trotz aller Persönlichkeitsentwicklung und trotz aller Therapie daran erinnern, du bist ein Bordi. Ja, und natürlich bekommt man auch teilweise heftige, missgünstige, zumindest aber komische Blicke von anderen. Eventuell hat man auch das Problem, weil man berufstätig ist zum Beispiel, im Sommer immer lange Kleidung tragen zu müssen. Ja, ähm, das ist ganz wichtig zu verstehen. Ich kann ja auch nicht, wenn ich zum Beispiel, ähm, mit vielen verschiedenen Menschen zu tun habe, in einem Büro oder in einem Kindergarten oder sonst irgendwo, ähm, kann ich ja nicht, ähm, ständig kurze Ärmel tragen, wenn die Arme extrem beschädigt sind. Ja, das ist natürlich, das würde natürlich in diesem Berufsfeld schlecht funktionieren. Also ist man dazu gezwungen, auch im Sommer elendlange Kleidung zu tragen, sehr, sehr häufig. Und das kann alles sehr, sehr belastend sein. Ja, was kann man bei Narben machen? Ähm, es gibt tatsächlich die Möglichkeit, das habe ich schon häufiger auf diesem Kanal gesagt, sich ein kosmetisches Tattoo machen zu lassen. Man kann Hautverfärbungen, das ist ganz, ganz wichtig, was ich jetzt sage, mit Tattoos und natürlich nur an den Stellen, wo auch Farbe ist. Also man braucht dann schon ein farbiges Tattoo, das deckend ist. Kann man Hautverfärbungen auch, ähm, äh, abdecken. Man sieht dann hinterher fast gar nichts mehr. Das geht aber wirklich nur, wenn die Narben flach sind. Ja, es muss einem immer klar sein, wenn die Narben selbst eine Struktur haben, wird man das immer sehen, ja, wenn man dann sich entsprechend bewegt, durch den entsprechenden Lichteinfall werden, dann Schatten, äh, äh, fallen werden, Strukturen sichtbar werden. Das heißt also, diese kosmetische Lösung ist nur dann wirklich effektiv, wenn die Narben wirklich, also wirklich flach sind, ja. Das ist ganz, ganz wichtig. Und übrigens, das auch bitte nicht überstürzen. Als Borderliner ist man sehr impulsiv. Ich weiß, dass, wenn viele dieses Video schauen und jetzt auf die Idee von mir auf den Trichter gebracht werden, sagen, ja, da hat er ja recht, heutzutage hat ja jeder ein Tattoo, ähm, das, äh, da mache ich mir jetzt auch mal eins, das ist eine gute Idee, dann werde ich endlich diese Narben los. Bitte das nicht überstürzen. Bitte sich selber ausbremsen. Bitte vor allen Dingen nicht leichtfertig sich irgendwelche Motive machen, die man später bereut. Bitte nicht, wenn man nicht die finanziellen Mittel hat, auf ganz billig ein großflächiges Tattoo sich, äh, kaufen, ähm, und sich dann hinterher über das Tattoo ärgern und eventuell da noch rumlasern zu müssen oder im absoluten Worst Case die Narben noch nicht einmal abgedeckt zu haben, weil sie zu strukturiert sind, weil sie zu dreidimensional sind und ein Motiv, das man bereut. Also bitte, ja, es ist eine Option, aber nichts überstürzen. Ansonsten ist natürlich Selbstakzeptanz immer das Mittel der Wahl. Das ist ganz, ganz wichtig. Wer es schafft, die Narben zu akzeptieren, der ist natürlich ganz, äh, weit vorne und wer es natürlich auch schafft, sich da beruflich irgendwie zu arrangieren, ähm, ja, das ist natürlich immer das Mittel der Wahl. Ja, Menschen mit Borderline, ähm, neigen zu einer Reinszenierung von vergangenen Abwertungen. Zum Beispiel, es ist immer nur ein Beispiel, durch die eigenen Eltern oder durch die Mitschüler oder durch die Lehrer. Viele Menschen mit Borderline, der überwiegende Anteil wurde stark abgewertet. in der Kindheit wurde eventuell sogar massiv beschimpft. Du bist doch nichts wert, ja, du kannst doch sowieso nichts. Wir haben dich eh nie gewollt. Das sind alles solche Sprüche. Und viele Menschen mit Borderline übernehmen diese Sprüche in die eigene Persönlichkeit. Das nennt man, wenn die Abwertungen anderer Menschen von den Tätern in diesem Fall in einen selbst integriert werden, dann ist das ein sogenanntes Täterintrojekt. So heißt das in der Psychologie. Ja, warum macht man sowas? Ich gebe mal ein Beispiel, ein mögliches Beispiel. Zum Beispiel, um das Spannungsfeld mit dem Umfeld zu reduzieren. Nur wenn wir da einen Vater zum Beispiel haben, der dazu neigt, sehr impulsiv zu agieren und einen immer wieder zu beschimpfen, ist es natürlich ganz klar, wenn ich dem Vater sage, ja, du hast recht mit deinen Beschimpfungen, ich bin tatsächlich nichts wert, ich bin tatsächlich ganz doof, ich bin tatsächlich ein Versager, ich werde mich massiv bessern, dann kann man dadurch eventuell vermeiden, vom Vater körperlich angegangen zu werden, wenn er so etwas tut. Wenn man zum Beispiel sagt, nee, Vater, also alles, was du mir sagst, das stimmt überhaupt gar nicht. Ich bin kein Versager, ich habe auch nichts falsch gemacht. Du hast sogar den Fehler gemacht. Oh, das kann schnell zur Eskalation führen. Und um diese Eskalation zu vermeiden, eventuell körperliche Züchtigungen zu vermeiden, ja, wo man als Kind, insbesondere zum Beispiel auch, wenn man ein Mädel ist, gar nichts gegen machen kann, ja, übernimmt man dann häufig diese Abwertungen der Eltern. Was kann man dagegen tun? Man kann sich zum Beispiel notieren, am Tag ja immer, wann habe ich mich wieder selber abgewertet, wann habe ich mir selber wieder gesagt, oh, du bist ja eine Doofe, du bist ja ein Doofer, du kannst wieder nichts. Da wird man erstmal herausfinden, wie häufig man sich am Tag selber beschimpft. Das kann mitunter sehr, sehr häufig sein. Und man kann sich vor allen Dingen, das ist ganz, ganz wichtig, auch notieren, was habe ich denn mal gut gemacht am Tag? Ja, nicht nur immer das Augenmerk darauf richten, was man alles nicht gekonnt hat, sondern sich auch mal dafür loben und das mal richtig rausschreiben, ja, und mal eine Liste anfertigen. Das habe ich heutzutage, äh, das habe ich heute alles gut gekonnt. Und man kann natürlich auch die negativen Beschimpfungen, die man sich aufgeschrieben hat, auch mal hinterfragen. Ist das tatsächlich wirklich so? Das ist eine sehr, sehr effektive Übung, die auch im therapeutischen Kontext angewendet wird, um mit solchen Selbstabwertungen fertig zu werden. Nummer 5, die Körperdysmorphe Störung. Das ist ein Punkt, den ich hier in diesem Video noch einmal ansprechen möchte. Ja, viele Menschen mit Bordeline vermeiden den Blick in den Spiegel. Es gibt sogar manche Betroffene, die haben überhaupt keinen Spiegel mehr oder haben den abgehangen. Viele Betroffene machen die Erfahrung, dass sie in den Spiegel gucken und obwohl sie von anderen Leuten immer wieder mitgezahlt bekommen, hey, du siehst echt gut aus, man. Ja, du bist, du bist eine sehr schöne Person oder was weiß ich, eine geile Person oder wie auch immer, dass man sich selber extrem als hässlich empfindet. Und man fragt sich dann immer, das, was die anderen mir da erzählen, meinen die das wirklich ernst oder erzählen die mir das nur, um mir, weil sie glauben, dann mit mir einen Gefallen zu tun. Eigentlich will ich ja gar nicht von meinen Freunden angelogen werden. Die sollen das mal lassen. Die sollen mir mal bitte sagen, dass ich eine hässliche Ente bin. Das, was ich sehe, wenn ich in den Spiegel blicke. Ja, Menschen mit Bordeline verachten häufig ihr eigenes Spiegelbild, finden sich als nicht attraktiv und Menschen mit Bordeline haben sehr, sehr häufig eine sogenannte Körperdysmorphe Störung. Das ist ein eigenes Störungsbild im ICD-10. Das ist dann, wenn Betroffene sich als verzerrt wahrnehmen, als sehr, sehr missgebildet mitunter sogar, obwohl sie es nicht sind, dass sie zum Beispiel den eigenen Körper als einen teigigen, schlaffen Sack wahrnehmen. Das ist nur ein Beispiel. Oder als sehr, sehr merkwürdig verformt. Sie schauen sich selber an und denken sich, ist das wirklich mein Körper? Ja, mein Gott, so sieht doch kein Mensch aus. Ja, und darüber wundern sie sich dann und denken sich, was ist denn mit mir los? Wieso nehme ich mich denn völlig verzerrt wahr? Das ist die Körperdysmorphe Störung. Könnt ihr ja mal googeln, wenn ihr sowas habt, wenn ihr euch dafür interessiert. Und deswegen, ein Satz dazu noch, bevor wir gleich noch mal zur schwankenden Selbstbewertung kommen, ist auch ganz wichtig, helfen übrigens bei diesen Menschen auch keine Schönheits-OPs. Also wenn ihr da draußen mit dem Gedanken spielt, ich lasse mich jetzt operieren. Wenn das gerade Gesagte auf euch zutrifft, lasst es lieber. Beziehungsweise denkt da noch mal drüber nach. Denn wer sich selber unrealistisch verzerrt betrachtet, kann sich so viel operieren, wie er will. Er wird sich nach wie vor immer als entstellt betrachten. Ja, schwankendes Selbstbild, habe ich gerade schon gesagt. Viele Menschen mit Borderline kennen das. Sie gucken morgens in den Spiegel und denken sich, ja mein Gott, heute siehst du aber immer wieder richtig knackig aus. Man, du bist ja echt, bist ja echt ein nettes Gerät, so sage ich mal. Unabhängig davon, ob man jetzt Mann oder Frau ist. Ja, auch Männer, ja, Fitnessindustrie und so weiter und so fort flexen gern mal ihren Bizeps im Spiegel. Und ein paar Stunden später oder vielleicht am Abend aller spätestens schauen sie in den Spiegel und denken sich, was ist das denn? Hey, wie sehe ich denn aus? Heute Morgen habe ich mir noch so sehr gefallen, aber jetzt stelle ich ja fest, ich sehe ja mal gar nicht gut aus, ich bin ja völlig, ich bin ja, ich habe ja einen Schrumpfbizeps oder ich bin ja völlig dick hier, was weiß ich, ich sehe ja aus wie so eine Megabirne oder wie so ein Apfel oder was weiß ich oder was es da für Körpertypen gibt. Jedenfalls, dass man sich dann selber gar nicht mehr mag. Diese schwankende Selbstwahrnehmung kann bei Menschen mit Borderline natürlich durch was zustande kommen? Richtig, durch die für Borderliner typische Spaltung. Ja, dass man die eigene Selbstwahrnehmung spaltet, so wie man sich selber, das kennen Menschen mit Borderline ja auch immer sehr schwankend wahrnimmt. In einem Moment mag man sich, ist mit sich zufrieden und im nächsten Moment hasst man sich. Spaltung kann hier natürlich auch eine ganz große Rolle spielen. Ja, ihr Lieben, das waren einmal fünf, natürlich bei weitem nicht die vollständige Liste von Gründen, warum Menschen mit Borderline sich selber hassen und verachten. Schreibt sehr, sehr gerne in die Kommentare, erstens, wenn ihr das kennt, zweitens natürlich auch, wenn ihr diese Liste noch ergänzen wollt. Für dieses Video lassen wir es einmal genug sein. Ich bedanke mich wie immer für eure Aufmerksamkeit. Eine weitere Video-Empfehlung zum Thema Borderline habe ich hier oben noch in der Endkarte für euch, die ihr gleich erscheinen seht, ganz, ganz, ganz am Ende des Videos und darunter habe ich auch noch meine Borderline-Playlist für euch mit ganz, ganz vielen Videos zum Thema Borderline. Abonniert natürlich gerne diesen Kanal, wenn euch das Thema interessiert und ihr es noch nicht gemacht habt und wenn ihr mich und dieses ganze YouTube-Recht unterstützen möchtet, könnt ihr von Herzen gerne auch Kanalmitglied werden mit einem kleinen Beitrag hier auf YouTube. Könnt ihr mich wirklich unterstützen. Ihr Lieben, haltet die Ohren steif, geht nicht zu hart mit euch selber ins Gericht, ganz, ganz wichtig und lasst euch auch nicht von anderen abwerten. Das war's für dieses Video und bis zum nächsten Mal.